Science-Tracking war eines der absolut beherrschenden Themen im Bereich der Forschungsinfrastruktur in den vergangenen zwei Jahren. Und was das mit Mastodon Activity Pub und alledem zu tun hat, darum soll es gehen in der heutigen Folge von Das Mastodon im Porzellanladen. TIB Themencast Das Mastodon im Porzellanladen, Fediverse und Wissenschaft In den letzten Folgen war häufiger die Rede davon, dass wir natürlich eine ganz bestimmte Perspektive auf das Thema haben Mastodon. Und das ist die einer Einrichtung der wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur, wie wir es oft nennen. Und wenn man jetzt mal so ein Ranking machen würde, was waren eigentlich die Top-Themen der letzten zwei, drei Jahre so in dieser, nennen wir es mal Forschungsinfrastruktur, Dann wäre man easy dabei, also wirklich wahrscheinlich in den Top-Ein- oder Zwei-Themen würde ich sogar sagen, beim Thema Science-Tracking. Und darauf möchte ich jetzt anfangs erstmal kurz eingehen. Ich werde nachher zeigen, was das zu tun hat mit dem Thema Mastodon. Science-Tracking bedeutet, dass eigentlich die großen Publisher in den letzten zehn Jahren ihre Geschäftsmodelle auf etwas komplett anderes, Neues umgestellt haben. Wir hatten vor zehn Jahren etwa oder so sehr, sehr viel heiße Diskussion über Open Access. Also die Vorstellung, dass die Forschungsergebnisse jedermann weltweit frei im Netz zugänglich sein müssten. Und das Interessante ist, dieses Ziel ist weitgehend erreicht. Der Drops ist gelutscht. Die Frage ist nur, um welchen Preis? Wie haben wir das erreicht? Wenn man sich das heute mal anguckt, wie die Verträge aussehen, die die großen Publisher mit den Bibliotheken, den Unis und ihren Konsortien abschließen, dann sind das eben nicht mehr Verträge, wo drin steht, okay, ihr schließt die Lizenz ab und dann haben eure Leute den Zugang zu den Papers. Das war früher. Sondern heute sehen diese Verträge so aus, dass man sagt, jedermann weltweit hat freien Zugriff auf eure Forschungsergebnisse und eure Forschende dürfen sogar jetzt aus ihrer Sicht individuell kostenlos publizieren, so viel sie wollen. Und wir packen noch ins Paket mit rein einen Bündel an ergänzenden Dienstleistungen, zum Beispiel Tools zum Aufbreiten von Manuskripten, zum Managen von Informationen, einschließlich Literaturverwaltung, zum Forschungsdatenmanagement, Management von Preprints. Also es gibt ein ganzes Spektrum von Dienstleistungen, die sich nach online verlagert haben, die eigentlich über den ganzen Forschungszyklus hinweg ganz schön entscheidend sind heute für Forschende. Und es gibt immer wieder, es gab in den letzten 20 Jahren immer wieder tolle innovative neue Ansätze, wie man das machen kann. Und diese Ansätze sind oft von Startups gekommen, die dann von den großen Publishern aufgekauft worden sind. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir hier das Bibcamp, ein Barcamp für Bibliotheken vor vielen Jahren in Hannover hatten. Und damals waren die Macher des Startups Mendeley gekommen und wollten, waren ganz begierig, wollten von uns wissen, na was ihr als die Fachleute, was muss denn so eine moderne Literaturverwaltung können? Und wenige Jahre später ist Mendeley dann aufgekauft worden von Elsevier. Und das ist nur eine von vielen Geschichten dieser Art. Und worauf ich jetzt hinaus will, ist Folgendes. Welches Geschäftsmodell steckt dahinter? Es ist ganz einfach, nämlich es ist eng analog zu dem, was wir in puncto Social Media in der vorangegangenen Folge mal diskutiert hatten. Nämlich das Modell besteht darin, sich nicht nur einmalig den Zugang zu diesen Services finanzieren zu lassen, sondern die Tiefen und Breiten zugleich Einsichten zu haben, wie die eigene Plattform genutzt wird. Also jeder Klick hinterlässt eine Datenspur auf diesen Plattformen und es erlaubt natürlich tiefe Einsichten. Also ganz im Detail, wie arbeiten Forschende eigentlich, zu welchen Tageszeiten, wie werden welche Tools benutzt, mit welchen Themen wird sich auseinandergesetzt, mit welchen anderen Forschenden wird interagiert etc. Und all diese Daten in ihrer Gesamtheit gelten als das Gold, die Goldader eines neuen Geschäftsmodells, wo wiederum in die Zukunft hinein spekuliert wird, na was könnte man nicht alles mit diesen Daten anfangen. Zunächst mal ganz einfach, man erreicht die Eyeballs, die vielleicht für ein Anzeigengeschäft relevant sind. Also ich kann vielleicht ultra genau targeten, zum Beispiel Jobangebote in der Wissenschaft oder teure wissenschaftliche Geräte oder weiß der Geier. Oder ich kann aber auch Produkte daraus ableiten, wo ich dann wiederum zum Beispiel reichen Universitäten ein Produkt anbieten kann. Hey, wir können euch jetzt schon sagen, was die Forschungstrends von morgen ist, woran nämlich heute gearbeitet wird und wie genau und wer und was. Und diese lukrativen Geschäfte mit den Daten sind also zutiefst, zutiefst zwiespältig, weil zum einen hier die Gemeinsamkeit mit Social Media sich das alles der Autonomie, geschweige denn den Entscheidungen der einzelnen Nutzerinnen und Nutzer, die dieses Gold ja erzeugen, entzieht. Aber ich würde sagen in der Wissenschaft mehr noch, weil es natürlich ein ganz grundlegender Bruch des Konzepts von Wissenschaftsfreiheit ist. Und potenziell schwebt die ganze Zeit dieses Thema über mir und ich forsche und arbeite digital anders möglicherweise, wenn ich weiß, mir wird dabei zugeguckt, das, was ich da tue, tue ich nicht für mich, sondern es wird von irgendwelchen Dritten. Ich weiß gar nicht genau, wem die Daten alles verkauft werden und was damit alles im Einzelnen gemacht wird. Damit geschieht irgendetwas. Und bevor jetzt so schnell diese Sorgen so ein bisschen als ein Luxusproblem von Datenschutzfreaks weggewischt werden, nein, ist es nicht. Also selbst hier in der EU, ich möchte nur daran erinnern, dass mit Ungarn ein EU-Mitglied, eine große, forschungsstarke Universität mit der Argumentation, die werde ja von George Soros finanziert, und dann werden irgendwelche antisemitischen Verschwörungsmythen da drumherum gestrickt, aus dem Land geschubst worden ist. Also wenn das hier mitten in der EU passiert, das ist nur mal ein Beispiel oder so, ist es anscheinend nicht etwas, wo man sagen kann, hier ist man aber ganz safe. Diese Thematik mit dem Science Tracking hat also in den letzten drei Jahren ein Paper der DFG hervorgerufen. Es hat jetzt Anfang letzten Jahres 2022 eine Stellungnahme des Wissenschaftsrats dazu gegeben. Es gibt die Initiative Stop Tracking Science und einiges mehr. Zum Reinlesen werden wir einiges davon in den Shownotes dieser Folge verlinken. Interessant für uns ist jetzt hier die Frage, was kann man eigentlich machen? Klar, man kann anfangen, das zu einem Bestandteil von Lizenzverhandlungen mit Publishern machen und verlangen, dass gar nicht oder ein bisschen weniger, aber wie sinnvoll wäre das eigentlich, kann man da einen Kompromiss eingehen, getrackt wird. Das ist zum Beispiel das, was der Wissenschaftsrat vorschlägt. Man kann aber auch, wie es die Initiative Stop Tracking Science tut, sich auf den Standpunkt stellen, nee, das geht einfach grundsätzlich gar nicht. Und mit diesem Spektrum will ich nur andeuten, darauf zu reagieren ist gar nicht so leicht. Das ist gerade eine Frage, die ungelöst im Raum steht und die hochpolitisch aufgeladen ist und wo in den nächsten Jahren das interessant sein wird, das zu verfolgen, beziehungsweise auch an der Diskussion teilzunehmen. Aus einer anderen Ecke betrachtet kann man nun mal wiederkommen zu unserem Thema dieser Protokolle wie ActivityPub, die nicht nur Mastodon ermöglichen, sondern eine ganze Reihe von dezentralen Web-Anwendungen, wo die Macht des einzelnen Plattformbetreibers von vornherein sehr, sehr stark beschränkt wird, weil das, was ich auf den Plattformen tun kann, untereinander austauschbar ist und ich verlustlos sozusagen mit den Inhalten von einer anderen Plattform interagieren kann, mit der ganzen Fülle von sozialen Anwendungen. Wenn ich diese Protokolle habe und mir bestimmte Dienste für die Wissenschaft damit vorstelle, dann wird allein die Möglichkeit, dass dieses Problem eintritt, mit diesen Science-Tracking-Geschäftsmodellen doch erheblich minimiert. Jedenfalls ist das ein Ansatz, der, wenn sich Player aus der Forschungsinformationsstruktur dafür hinreichend interessieren, beginnen dafür zu entwickeln oder so, wo man aus dieser Richtung her, also aus der technisch-praktischen Richtung her, dem entgegenwirken könnte, dem Überhandnehmen von Science-Tracking. Und das erklärt vielleicht dieser Hintergrund, der von außerhalb der Forschungsinfrastruktur und den Diskussionen dieser Bubble gar nicht so offensichtlich ist, warum das Interesse in unserem Bereich an diesen dezentralen Protokollen so irre groß ist. Also es geht um mehr als eben nur der Kurznachrichtendienst Mastodon. Der ist cool und der zeigt, wie Millionen Menschen auf einmal damit arbeiten können und was damit möglich ist. Aber es ist eben mehr als das, weil man mit dem Protokoll dahinter, ActivityPub und ähnlichen dezentralen Ansätzen, mehr machen kann als nur eine mehr oder weniger gute Twitter-Alternative. Wir haben also bei ActivityPub es mit einem Spektrum möglicher Anwendungen zu tun. Und ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen, was wir hier an der TIB hatten. Es ist ein ganz kleines und vielleicht dadurch auch gut greifbares Beispiel. Wir hatten hier vor ein paar Tagen ein Treffen von Mastodon-EnthusiastInnen, wie wir es genannt haben, aus der Region. Das waren Leute, Profs, Leute aus dem Stiftungswesen, aus dem Journalismus, die alle irgendwie auf eine Art an Mastodon interessiert waren. Und das war ein kleines, eher informelles Treffen. Wir haben eine Bibliotheksführung und Heißgetränke gemacht. Und wir haben das dann mal, weil es auch so im Spirit dieses Themas ist, die Veranstaltung angekündigt und gemanagt mit Mobilison. Mobilison ist eine ebenfalls auf ActivityPub basierende Anwendung zum Eventmanagement. Wir haben also eine Mobilison-Instanz gewählt und dort die Veranstaltung angekündigt. Und dann konnte man sich mit der Identität, die man im Fediverse hat, konnte man sich dort anmelden für unser Event. Und es wurde dann zum Beispiel auch kommentiert. Und das hat einen ganz interessanten Effekt. Das hat uns selbst fast ein bisschen überrascht, weil man arbeitet ja noch nicht so lange mit diesen Sachen. Es stellte sich dann raus, dass wenn ich dieses Item, also Veranstaltungsankündigung, so wie sie über ActivityPub rausgepustet worden war in die Welt, in meiner Mastodon-Umgebung, in meinem Mastodon-Client lese, ich auch automatisch informiert werde über ein Update zu diesem Event. Und wenn es auf der Mobilison-Instanz einen Kommentar gibt, der von jemandem mit seiner Fediverse-ID dort eingegeben worden ist, dann erscheint die in meiner Mastodon-Client-Umgebung als Kommentar unter der Veranstaltungsankündigung. Und es erinnert einen daran, dass ActivityPub wirklich nicht mehr und nicht weniger ist als ein Protokoll, was einen ganz großen Teil der Interaktionen, die man rund um Informationen hat, auf sozialer Ebene abbilden kann und dass man diese Interaktionen dann in verschiedenen Umgebungen verfolgen kann, lesen kann, zusammenfassen kann und damit dann wiederum interagieren kann. Das ist eine ganz elegante, schöne Sache. Also ich habe zum Beispiel früher bei WordPress Pingbacks und Trackbacks gehabt. Das heißt, ich hatte so eine Art Inbox, die registriert, ob anderswo in einem anderen Blog mein Blogbeitrag gelesen worden ist oder verlinkt worden ist vor allem. Und heute ist das alles subsummiert als Funktion von ActivityPub. Das ist eine elegante Geschichte, die natürlich sich noch weiter treiben lässt. Also ich könnte zum Beispiel viele der Interaktionen, die bei dem Management eines akademischen Events, eines Workshops oder einer Konferenz stattfinden, könnte ich mir grundsätzlich auch auf Basis dieses Protokolls vorstellen. Warum nicht? Übrigens müsste man dafür die Eventmanagement-Software nicht neu erfinden. Es würde ja reichen, sozusagen einer Software, die ich habe und die tut, was sie soll und was ich von ihr will, die es mit dem ActivityPub-Standard macht. Also nicht nur eine statische Web-Oberfläche hat, mit der ich als Einzelner interagieren kann, sondern die ActivityPub unterstützt. Also ein sehr schönes Modell dafür, wie das sein kann, ist ein Set von Erweiterungen, die ein Entwickler Anfang 2022 für die sehr etablierte Blogging- und Content-Management-Plattform WordPress geschrieben hat, der also dafür gesorgt hat, dass, wenn ich meine bestehende WordPress-Instanz nehme, ich auch sozusagen die Beiträge für ActivityPub lesbar, konsumierbar und interagierbar rauspusten kann. Solche Dinge, denke ich mal, werden wir mehr sehen, weil ich dann sozusagen die Vereinigungsmenge habe von den Features und den Vorteilen, die mir WordPress bietet, zum Beispiel ellenlange Beiträge, die Abbildungen oder irgendwelche Formatierungen enthalten und Links und so weiter, mit den Interaktionen, die ich in der Mastodon-Sphäre habe. Also obgleich bei Mastodon eigentlich nur 500 Zeichen lange Beiträge angesagt sind, könnte ich ein komplettes, umfängliches, bebildertes WordPress-Blog-Posting dann auch im Mastodon-Universum liken, weiterverbreiten, kommentieren etc. Ich will auf diesen Aspekt, nämlich welche Anwendungen, Web-Anwendungen sozusagen, es in der Wissenschaft konkret gibt und wie und auf welche Weise dort ActivityPub und diese dezentralen Ansätze umsetzbar wären und auch ganz eigene Nutzen stiften würden, in der nächsten Folge eingehen. Das wird ein Thema der nächsten Folge sein. Und gleichzeitig wird die nächste Folge, ich setze es mal in Anführungszeichen, einen Werbeblock geben für bestimmte Überlegungen und Aktivitäten, die wir speziell hier an der TIB auch zu dem Thema haben, wo wir jetzt gerade anfangen, selbst aktiv zu sein und etwas mit ActivityPub zu machen. Bis dahin viel Spaß und bis zur nächsten Folge von Das Mastodon im Porzellanladen. TIB Themencast Das Mastodon im Porzellanladen Fediverse und Wissenschaft mit Lambatella Das Mastodon im Porzellanladen Das Mastodon im Porzellanladen Das Mastodon im Porzellan exercise und Wissenschaft mit Lambatella